Der Glaube an nur einen Gott, Jesus, der Prophet, die Jungfrauengeburt. Es gibt unglaublich viele Parallelen, die das Christentum mit dem Islam verbinden, denn beide Religionen haben den gleichen Ursprung. Trotzdem macht der Islam vor allem den Menschen im Westen im Augenblick Angst. Zu Unrecht natürlich, denn die meisten Moslems leben genauso friedlich wie die meisten Christen. Und es sind nur die Extremisten, die eine Religion im schlechten Licht erscheinen lassen. Und religiöse Fanatiker, da brauchen wir uns alle nichts vorzumachen, die gibt es auch im Christentum. Fundamentale Christen in Deutschland. Auch sie stützen sich auf ein heiliges Buch, die Bibel. Mit radikalen Folgen für ihren Alltag. Die Bibel sagt, dass das Ehebruch ist, wenn ein Mann schon nur eine Frau lüstern anguckt. Und in dem Moment, wo ich mich so kleide, oder vor allen Dingen, wenn ich mich da noch aufreizender zu bewege, verleite ich einen anderen Mann zum Ehebruch. Religiöser Extremismus ist mit Demokratie nicht vereinbar. Fundamentalisten kommen mit der Moderne nicht zurende. Fanatismus ist keine Frage der Nationalität. Der Völkermord kommt in den ersten Büchern der Bibel vor, wo es darum geht, dem erwählten Volk, das gelobte Land Kanaan, frei zu machen. Im Neuen Testament kommt der Genozid vor, im letzten Buch der Bibel, wo dann der Engel im Blut wartet und Gegner Gottes abgeschlachtet werden. Die Botschaft der Bibel ist zum Teil nicht mehr zeitgemäß. Dennoch gibt es fanatische Christen, die das Buch nach wie vor wörtlich nehmen und als wahrhaftiges Wort Gottes betrachten. Brich durch! Jesus brich durch! Jesus brich durch! Brich durch! Wir brauchen diese Seilung! Wir brauchen diese Seilung! Der Heilige Geist! Berlin im Sommer 2003. Jesus Christ! Am Brandenburger Tor haben sich über 10.000 Jugendliche versammelt, zu einer extatischen Massenandacht. Jetzt stehe deine Stimme zu Gott! Lass uns zu diesen Rufen! Die christliche Erweckungsbewegung namens The Call, der Ruf, hat dazu auch gerufen. Die Willigkeit! Die sogenannten Evangelikalen haben ihren Ursprung in den USA, wo die Gruppe unter dem Namen The Cause an Macht und Zuwachs gewinnt. Sie bekämpfen Homosexualität und Abtreibung und wenden sich vor allem an junge Leute. Ihr Führer, Lou Engel, vergleicht seine Mission mit der Hitlers. Ich glaube, Hitler hatte eine Stimme für die jungen Menschen der Welt. Doch er war ein gebrochener Mann und hatte die falsche Stimme. Ich glaube, Gott hat eine Bestimmung für Deutschland. Die Bestimmung ist, die Jugend der Welt zu sammeln und sie zu Jesus Christus zu führen. Solch irrsinnigen Ideen schließen sich auch in Deutschland immer mehr junge Menschen an. Die Erweckungsbewegung wächst. Die fundamentalen Christen nehmen es mit den Lebensanleitungen in der Bibel sehr genau. Anleitungen, die mehr als 2500 Jahre alt sind. Mit einem streng geregelten Lebenswandel grenzen sich die Fundamentalisten ganz bewusst ab. Auch von anderen Christen. Die Gruppe will sich nicht nur abgrenzen, sie will auch mehr Macht. 20 bis 30 Prozent der US-Amerikaner gehören bereits fundamental christlichen Gemeinden an. Und sie meinen zu wissen, was gut und was böse ist. Die Zerstörung der Stadt New Orleans durch einen Hurricane halten sie für eine gerechte Strafe Gottes. Ich behaupte nicht, jeder Hurricane sei eine Strafe Gottes. Was ich aber vom ganzen Herzen sagen kann, dass in New Orleans viele Dinge passieren, über die Gott nicht erfreut ist. Gott ist nicht erfreut, dass in New Orleans mehr Kinder abgetrieben werden als in vielen anderen Städten. Sie haben eine sehr hohe Kriminalitätsrate dort unten. Die Menschen sind arm, weil sie ungerecht behandelt werden. Sie geben sich sexuellen Ausschweifungen hin. Gott kann da doch nicht einfach weggucken. Diese Fundamentalisten kommen mit der Moderne nicht zurande. Sie kommen mit der Demokratie nicht zurande. Sie kommen mit den Menschenrechten auch nicht zurande. Aber leben trotzdem in dieser Gesellschaft. Und das hat damit zu tun, dass es wahrscheinlich unmöglich ist, Bibel und Demokratie, Bibel und moderne Gesellschaft zu vereinbaren. Die Bibel. Ein Buch der extremen Gegensätze. Sie predigt die Nächstenliebe und fordert ebenso den Völkermord. Fundamentalisten gibt es in fast allen Religionen der Welt. Nicht auszudenken, wenn radikale Christen die Bibel einmal in allen Passagen wortwörtlich nehmen würden. Die zu Gott rufen für ein geistiges Erwachen.